Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Crypto-Update-Video. Bitcoin pumpt nochmal heute Nacht auf knapp 23.500 US-Dollar, kann man schon sagen. Geht die Reise jetzt nach oben hin weiter, sehen wir möglicherweise sogar einen Abverkauf. Das schauen wir uns im heutigen Video an, doch bevor wir starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoin, wenn ihr Bock habt auf die neuesten News und natürlich auch auf die neuesten Trades, gerne da reinkommen. Gut, und damit auch einen wunderschönen Sonntag in die Runde, euch allen da draußen. Wir hatten ja wie gesagt gerade eben schon mal die 23.500 US-Dollar knapp nochmal angetestet, wieder so einen ordentlichen Wig mit ordentlich Volumen hier auch reinbekommen. Sehr, sehr gutes Zeichen, der Trend hält auch weiterhin, auch wenn wir hier so ein Mini-Fakeout hatten, aber das war seitlich verlassen, deswegen zählen wir das jetzt mal nicht rein. Wir befinden uns weiterhin in einem aufsteigenden Kanal, schon eher so eine Art Ascending Triangle, wo wir ja gestern schon mal drüber gesprochen haben und versuchen hier auch immer wieder diese Widerstände nach oben hin rauszunehmen. Und für mich ist es weiterhin deutlich bullischer als bearischer. Denn durch diese ganzen Wigs versuchen wir natürlich auch die Liquidität da oben hin abzugreifen. Klar, der Verkaufsdruck nimmt auch immer ein bisschen zu, trotzdem das Volumen, was wir hier immer sehen durch diesen Ausbruch, ist deutlich höher als immer diese Abverkaufsvolumen, deswegen für mich deutlich noch bullischer und der Trend geht weiter Richtung nach oben. Und für mich immer noch die Chance, dass wir auf jeden Fall die 25.200 US-Dollar auf jeden Fall sehen. Denn vielleicht heute, vielleicht auch erst morgen zum Starten der Woche, wir haben ja gestern einen Wochenausblick darüber geredet, dass Montag, Dienstag und vielleicht noch den halben Mittwoch auf jeden Fall noch bullisch sein könnten, bis dann wirklich der Fett-Zinsentscheid kommt. Und da wird sich dann entscheiden, rudert die Fett möglicherweise wirklich zurück, wovon ich momentan einfach nicht ausgehe, weil, wie gesagt, Arbeitsmarkt zu bullisch ist, die ganzen anderen Zahlen sind einfach alles zu bullisch für die Fett, für uns nicht. Deswegen müssen wir hier im Moment noch ein bisschen vorsichtig sein, aber schaut euch dazu gerne den Marktausblick an, den wir gestern hochgeladen haben. Gut, zurück zu Bitcoin. Wie gesagt, es tut sich reichlich wenig. Wir schauen mal ganz kurz an, wie die Psy-Range jetzt momentan aussieht. Nachdem wir letzte Woche die Psy-Range eigentlich überhaupt nicht verlassen haben, haben wir das Psy-Low bei ungefähr 23.000 US-Dollar und das Psy-High bei 23.500 US-Dollar. Das heißt, wir haben hier eine ziemlich enge Psy-Range, das High mit einem ordentlichen WIG durchlöchert. Deswegen müssen wir auch hier ein bisschen aufpassen, sollten wir jetzt hier im Breakout sehen, wieder impulsiv, wie schließt danach die Kerze. Wird es einfach wieder nur hier ein Abverkauf, wieder in die Range ein, dann sehe ich das eher als bearish an. Sollten wir uns hier oben natürlich stabilisieren, sind einfach die 25.000 US-Dollar die nächste Zielmarke. Und ich überlege hier immer noch so einen kleinen Long-Einstieg einfach vorzunehmen, zumindest so ein bisschen vorübergehend. Ich warte hier aber noch ein bisschen so auf die Signale, weil sonntags in Trades reinzugehen ist nie eine wirklich gute Idee. Wir schauen uns mal ganz kurz ab von unserem Abverkauf zu unserem High momentan. Golden Pocket wurde natürlich hier gestern schon schön geretestet mit diesem Abtrend, also hat es sehr, sehr gut gehalten auf jeden Fall. Jetzt müssen wir mal gucken, wo wir hier die nächsten Long-Position möglicherweise starten. Eventuell nochmal ins Golden Pocket rein, schauen wir mal, wie der Trend ist klar. Dann wäre der Trend wiederum gebrochen, muss man auch dazu sagen. Aber da zählt natürlich auch das Volumen. Und sonntags ist das Volumen meistens nicht so hoch, dass man hier von Fake-Outs oder sonstigen sich Gedanken machen muss. Aber das Ziel sind einfach weiterhin die 25.200 US-Dollar. Da hat sich wenig getan. Wir blicken mal ganz kurz auf den Daily-Time-Frame, machen nochmal dieses kleine Golden Pocket weg. Einfach der Übersichtlichkeit halber. Da sehen wir auch, okay, die Closest waren nicht wirklich bullish. Der Close war immer noch nicht ein höheres Hoch. Und das ist das, was mir immer noch ein bisschen Sorgen macht. Klar, wir schließen hier immer über dieser Zielmarke hier drüben, über diesen 22.800 US-Dollar. Das haben wir uns schön geholt im Endeffekt. Trotzdem, ich bin hier nicht so ganz zufrieden. Klar, die Daily Candles momentan sieht gut aus, aber die gestrige war jetzt nicht wirklich der Burner. Wieder kein höheres Hoch, wieder nur diesen Wig. Also da müssen wir jetzt heute mal im Laufe des Tages gucken, ob wir uns nicht hier oben einfach die Liquidität abfischen bei den 23.800 US-Dollar und dann wieder abverkauft werden. Dann ist das auf jeden Fall ein bearishes Zeichen. Gleichzeitig blicken wir mal noch auf den Weekly-Time-Frame. Da sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Aber auch hier wäre es wichtig, zumindest hier die Zielmarke von 23.364 US-Dollar zu überwinden. Sollten wir sogar noch, wie macht man das ein bisschen sichtlicher momentan? Warte mal ganz kurz. Den Weg machen wir auch nochmal weg. So, jetzt sieht man hier ein bisschen den Close besser. Sollten wir hier nicht drüber schließen, ist das ein Zeichen dafür, dass die Liquidität einfach abgegriffen wurde. Das heißt, die ganzen Long-Orders oder Short-Orders, die halt da drüben im Endeffekt liegen, wurden abgefischt und dann Trendwende nach unten. Also da müssen wir heute mal ganz genau drauf achten, wie wir schließen. Wenn wir sogar noch unter den 22.800 US-Dollar schließen sollten heute im Laufe des Tages, dann sieht es wirklich nicht gut aus. Dann gehe ich eher davon aus, dass wir in der nächsten Woche wirklich dann korrigieren in Richtung 18.000, 19.000 US-Dollar, einfach um ein höheres Tief zu kriegen. Wäre natürlich weiterhin der bullische Fahrtweg einfach hier runter, höheres Tief bilden, ins Golden Pocket rein, doppelter Boden vielleicht, keine Ahnung. Und dann hier die 25.000 Retest von diesem hoch hier nochmal machen und dann in Richtung 30.000 US-Dollar. Das ist so momentan der wünschenswerteste Fahrplan. Ihr seht vom Volumen auf ein Weekly, wunderschönes Breakout-Volumen. Hier noch ein bisschen, ja sagen wir mal ein bisschen Mangelware. Aber in der letzten Woche, also nicht in dieser, sondern in der letzten Woche, war das Breakout-Volumen phänomenal. Sowas will man sehen in einem Abtrend. Und klar, jetzt haben wir wieder hier ein bisschen weniger Volumen. Wir haben aber immer noch einen Tag, das heißt, da kann auch einiges noch dazukommen. Trotzdem sind auf jeden Fall die Zielmarken, 22.8 muss mindestens gehalten werden. Wenn wir bullisch schließen wollen, müssen wir auf jeden Fall über die 23.400 US-Dollar. Das sind jetzt so erstmal die Ziele für den heutigen Tages-Close. Wie gesagt, trademäßig müssen wir mal ein bisschen gucken, ob wir uns hier oben einfach nur die Liquidität bei den 23.8 rauspicken, drunter schließen. Dann ist es auch ein bisschen bearischer, sollten wir hier drüber schließen. Ganz klar die 25.2 als nächstes im Auge behalten. Gut, dann Blick zu Ethereum. Hier ein bisschen mehr Volatilität, muss man ja dazu sagen. Nochmal ganz kurz ein bisschen rauszoomen. So, sieht es ein bisschen verwurschtelt aus. Wir machen hier mal ganz kurz ein bisschen Ordnung im Chart. Schauen uns das mal ein bisschen genauer an. So, wir hatten ja hier unseren Abtrend gebildet. Sind mehrmals in das Golden Pocket gekommen. Auch hier wieder reingetestet. Mehrmals wieder ein Close darüber. Sehr, sehr bullisch eigentlich für Ethereum, dass unser Golden Pocket weiterhin so hält. Aber, und jetzt kommt wieder das große Aber, wir haben kein höheres Hoch gekriegt. Nicht mal mit einem WIG haben wir es geschafft. Auf diesem WIG hier oben bei den 1621 US-Dollar zu überwinden. Also auch hier ist der Verkaufsdruck auf jeden Fall da. Nur, da staut sich auch eine Menge Short-Liquidität aus. Solche Candles und dann immer noch mit tieferen Hochs. Heißt natürlich auch, da drüber liegen eine Menge Short-Orders. Und sobald wir hier wirklich mal ein höheres Hoch reinkriegen, kann das hier wirklich wieder zu Short-Liquidation führen. An einem Sonntag, das uns dann mindestens zu den 1680. Nächster Step werden dann die 1760 US-Dollar auf jeden Fall bringt. Also auch Ethereum sieht noch nicht so übel aus. Wir sind jetzt hier aus diesem Trendkanal natürlich erst jetzt mal seitlich ausgebrochen. Das ist natürlich jetzt auch nicht das wünschenswerte Szenario, was man hier sehen will. Deswegen machen wir jetzt hier diesen kleinen Abtrend einfach mal weg. Den Downtrend lassen wir jetzt mal noch einfach mit dem 4-Stunden-Close. Mal gucken, wo die 4-Stunden-Candle in zweieinhalb Stunden schließt. Ob man das hier wirklich schon mal einen Breakout netten kann. Dann das Ziel 1619 bis 1621. Die zwei Hochs abgreifen. Close darüber wäre auf jeden Fall bullish. Dann Daily Close schauen wir uns auch hier mal an. Seedet sich wirklich berauschend aus, muss man auch dazu sagen. Wir haben natürlich unser Hoch hier oben bei den 1680. Also Daily Close bei Ethereum lassen wir mal weg. Wichtiger Weekly Close. Und da sieht die Weekly Candle ziemlich, naja, ugly aus. Muss man schon ganz ehrlich dazu sagen. Klar, wir haben das Hoch hier oben noch nicht abgegriffen. Volumenmäßig. Seht ihr auch, da ist nicht so viel Volumen eigentlich hier drin im Bing X-Chart zumindest. Aber mal gucken, wie die Candle schließt. Also einerseits bullish durch diesen Wig, das wir aufgekauft wurden. Gutes Zeichen. Trotzdem sollten wir hier drunter schließen. Ist es jetzt nicht wirklich das bullischste Zeichen. Andererseits wäre es, wir kriegen hier wirklich noch einen Impuls bis 1634. Das ist nicht die Welt vom jetzigen Stand. Also möglich ist es auf jeden Fall. Und dann noch grün schließen mit so einem Docht. Absolut bullish. Klar, Ziel ist dann nächste Woche auf jeden Fall über die 1680 US-Dollar Weekly Close zu bekommen. Gut. Das dann auch zu Ethereum. Dann gucken wir noch ganz kurz auf die News. Kryptowährungen in den USA stellt neue Roadmap vor. Haben wahrscheinlich schon viele mitbekommen. Wenn euch der Artikel interessiert, schaut bei KryptoGuru vorbei. Beziehungsweise in der Telegram-Gruppe ist der Artikel auch drin. Und wenn ihr Bock habt auf die Telegram-Gruppe, wie immer, Link unten in der Videobeschreibung. Beziehungsweise in den Kommentaren. Gut. Dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns dann morgen wieder zu einem neuen Update. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Like da lassen. Abo da lassen. Telegram-Gruppe join. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay crypto.